Hallo Kinder, ratet mal wer hier ist. Ja, ich bin's, Bob. Kommt mit zur Lernstraße mit Bob. Hallo Kinder, ich bin Bob die Bahn, euer DJ und Gastgeber. Willkommen zu unserer Phonix Show. Die Teilnehmer in dieser Show sind die Buchstaben des Alphabets. Ist das nicht cool? Sie werden singen, tanzen und uns Klänge beibringen, die mit den Buchstaben beginnen. Und jetzt ein großes Hallo und Willkommen an unsere wunderbaren Preisrichter. Seid ihr bereit, Preisrichter? Applaus für eine höchst I, I, I interessante Lady, Miss I. Oh je, wo ist Miss I? Ah, hier ist sie ja. Hallo, hallo kleine Miss, ich lieb ihr Band so sehr. Ein Irrwisch sind sie ganz bestimmt, doch auch ein Rockstar, wie man's nimmt. Mal sehen, was können wir machen mit dem Buchstaben I. Insekten beginnen mit I, I, I und I, I, Infanten wie ich. Wenn es heiß ist, nimm etwas Eis mit in einem Wasserkrug. Ah, wie gut das tut. Und wenn's genügend Eis gibt, bauen wir ein Iglu draus. Das hält die Kälte fern und alle haben ein Zuhaus. Was ich liebe, wie ihr seht, ist ne I, 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 Invitation. Denn das wird ganz bestimmt ein superschönes Fest. Jemand hat Geburtstag, jä, 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 da ziehen wir uns was richtig Schönes an. Ich esse Kekse und auch Kuchen mit Sugar, E, I, I, I sing obendrauf. Hey und nicht vergessen, diese Sitte macht echt Spaß. Nimm eine Tasse oder einen Becher, ich schrei rein. Du schreist rein, alle schreien rein. Ah, 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 Ice Cream. Und dann tauch eine blaue Feder in einen Port auf I, I, Inc. Tinte. Bedank dich auf nem rosa Blatt, weil das was ganz Besonderes hat. Falls du aber krank wirst nach diesem Mal, geh zum Doktor so schnell du kannst. Das gibt er dir ne I, 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 Injektion ins Feld. Das hat wirklich Spaß gemacht, doch I, 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 ich muss nun gehen. Mein kleines Haustier wartet schon, mein I, I, Iguana will mich sehen. Bevor ihr geht, zeigt uns noch eure Stimmen. Inspirierend. Intelligent. Ideal. Irre. Danke an Miss I und die wichtigen Richter. Wir sind bald wieder hier, um den süßen Klang anderer Buchstaben des Alphabets zu hören. Bis dann. Tschüss. Hey Kinder, seht euch dieses Video nochmal an und zählt die Worte, die mit den Buchstaben dieser Episode beginnen. Vergesst nicht, die Antwort in der Kommentarrubrik weiter unten einzutragen. Danke. 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 Danke.